Hast du dich jemals gefragt, ob das Spielen eines Musikinstrumentes uns tatsächlich schlauer macht? In unserem heutigen Video wollen wir genau eingehen auf die spannende Frage, ob wir wirklich schlauer werden, in Anführungszeichen, wenn wir ein Instrument spielen bzw. musizieren. Wir wollen dabei einen Blick auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse werfen und vor allem wollen wir zeigen, wie das Musizieren unser Gehirn tatsächlich trainiert und unsere kognitiven Fähigkeiten beeinflusst. Also bereite dich darauf vor, vielleicht in einem oder anderen Punkt überrascht zu sein, denn die Antworten können unser Verständnis von Musik wirklich unumfassbar revolutionieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's los! Bevor es gleich losgeht, stelle ich euch sehr, sehr gerne die E-Books der Mannheimer Gitarrenakademie vor. Praktisch und überall mit hinnehmbar, dank E-Book. Was erwartet euch in diesen Büchern? Es erwarten euch fundierte Grundlagen in Sachen Harmonielehre, fundierte Übungen für die Greifhand und für die Schlaghand und deren Koordination untereinander. Es erwarten euch ganz klare Sachverhalte musiktheoretischer Natur und es erwarten euch gute Tipps und zumindest Gedankengänge für den beruflichen Erfolg, wenn man ein Leben mit und von der Musik plant. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt geht's aber los! Man sagt ja so schön, das schöne Instrument, wenn man das spielt, da tut man was für die grauen Zellen. So salopp dahergesagt. Oder man tut was gegen das Altern des Gehirnes, beziehungsweise das Musizieren unterstützt beispielsweise auch das Entwickeln eines Gehirnes von Kleinkindern. Ist da wirklich was dran oder klingt das in Anführungszeichen einfach nur schön? Bevor wir jetzt gleich loslegen, wenn dir das Video gefällt, gebt ihm noch nach dem Gucken einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, denn dann werden diese Videos noch mehr Menschen angezeigt, die vielleicht genau sich mit dieser Frage auch auseinandersetzen. Jetzt soll es aber erstmal losgehen. Das Spielen eines Instrumentes hat ganz, ganz tiefgreifende Auswirkungen auf unser Gehirn, unsere kognitiven Fähigkeiten. Was bedeutet das aber erstmal? Das kann man ja erstmal so stehen lassen. Wenn du dir vorstellst, beim Musizieren werden ja sehr, sehr viele verschiedene Sinne angeregt und oftmals auch zur gleichen Zeit. Nehmen wir mal den Tastsinn, nehmen wir mal den Sehsinn, den Hörsinn, den Gleichgewichtssinn beispielsweise. Wenn man das mit anderen Menschen zusammen macht, da nimmt man auch noch viel, viel mehr wahr. Nun, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Studien, die belegen, dass das Musizieren zu einer verbesserten, aufgepassten Gehirnstruktur und Funktionen führt. Das Stichwort lautet neuronale Verbindungen. Ja, ja, wir denken da schon irgendwie so, Gehirn, Nerven und so weiter, so ganz einfach manchmal gesagt. Neuronale Verbindungen. Was will ich damit sagen? Wenn wir ein Musikinstrument spielen, werden verschiedene Bereiche unseres Gehirns letzten Endes aktiviert und miteinander vernetzt. Das ist der Punkt. Das geschieht aufgrund der sogenannten Neuroplastizität. Neuroplastizität ist die Fähigkeit unseres Gehirns, sich zu verändern und anzupassen. Also sowohl in der Funktion zu verändern, als auch tatsächlich strukturell zu verändern. Musizieren fördert die Bildung neuer neuronaler Verbindungen und stärkt letzten Endes auch bestehende Netzwerke. Also Netzwerke bestehend aus verschiedenen Gehirnbereichen, ja, Gehirnregionen. Naja, und besonders bemerkenswert, das muss man wirklich sagen, bemerkenswert ist die Tatsache, dass Veränderungen eben nicht nur auf die Musikausübung quasi beschränkt bleiben, sondern dass auch andere kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Sprache, wie zum Beispiel das Gedächtnis, aber eben auch das räumliche Forschungsvermögen dabei verbessert werden. Neuronale Neubildung. Jetzt kommt es zur Wichtigkeit. Ein ganz, ganz, ganz toller, faszinierender Aspekt des Musizierens ist die Förderung der sogenannten Neurogenese, also sprich der Neubildung von Neuronen. Wie man so schön sagt, so Knotenpunkte, wie man sich das immer so gerne vorstellt. Studien haben letzten Endes gezeigt, dass Musik, das Wachstum neuer Nervenzellen im Hypokampus, also im Bereich des Gehirns, das beispielsweise für Gedächtnis oder auch das Lernen zuständig ist, angeregt werden können. Und diese neuen Neuronen können letzten Endes zu einer verbesserten kognitiven Flexibilität und Lernfähigkeit beitragen. Musik und Sprachzentrum. Was bedeutet das denn? Nun, das Musizieren letzten Endes hat auch einen ganz direkten Einfluss auf unser Sprachzentrum in unserem Gehirn. Musiker haben, das haben wir schon gezeigt, oder Menschen, die ein Musikinstrument spielen, und das vielleicht auch nicht erst seit vorgestern, haben oftmals eine phonologische Bewusstheit. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass sie Laute, dass sie Rhythmen der Sprache relativ genau wahrnehmen und aber auch unterscheiden können letzten Endes. Also genau diese Fähigkeiten sind es letzten Endes, die das Lernen beispielsweise neuer Sprachen erlernen, aber eben auch Kommunikationsfähigkeiten letzten Endes verbessern. Und, wir haben es ja schon irgendwo kurz anklingen lassen, beim Spielen eines Instrumentes werden eben nicht nur auditive, sondern eben auch motorische Fähigkeiten trainiert, visuelle Fähigkeiten trainiert. Und das führt letzten Endes zu einer unheimlich großen sensorischen Integration, aber auf ganz vielen verschiedenen Kanälen, die das Gehirn dazu zwingt, gleichzeitig verschiedene Sinnesantrücke zu verarbeiten, aber eben auch dadurch trainiert werden. Und dadurch werden beispielsweise Aufmerksamkeit, aber auch Konzentrationsfähigkeit wahnsinnig trainiert und beispielsweise auch das Multitasking verbessert. So, und zusammengefasst kann man ja durchaus sagen, und es zeigt auch die Forschung, dass Musizieren viel, viel mehr ist als, wenn ich jetzt mal böse bin, eine reine Hobbybeschäftigung. Es macht halt Spaß. Das geht viel, viel mehr. Es geht viel mehr dabei hinaus als das Reiter. Es macht halt Spaß. Selbst das ist ja schon gut, wenn man ein Hobby hat in Form von Musizieren. Es ist viel, viel mehr als eine reine unterhaltsame Freizeitbeschäftigung. So würde ich es mal sagen. Es ist ein ganz, ganz, ganz intensives Training für das Gehirn. Ja, mit weitreichenden, ganz, ganz positiven Ausdrücken auf verschiedene Bereiche und verschiedene Fähigkeiten in uns. Also, wenn du das nächste Mal dein Instrument in die Hand nimmst, mach dir bewusst, du trainierst viel, viel mehr, als du vielleicht dir im Augenblick oder vorher bewusst warst, bevor du dieses Video geguckt hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Gehirn-Training. Tschüss.